Ich hatte wieder mal ein bisschen Angst, weil eigentlich kann man solche Tore nicht verfehlen, aber ja, wie sie sehen, sehen sie nix. Das ist dumm, deinen zu gehen, oder? Ich glaube, es war dumm, deinen zu gehen. Genauso wie da, aber naja. Ich kann halt nie ganz Schüsse machen, immer noch so halbherzige Scheiße, ne? Ah, sorry. Olius, ja. Da hat der recht, das war wirklich meine. Okay, langsam und gediegen, langsam und gediegen, langsam und gediegen. Ich hab keinen Bus, ihr habt keinen Bus. Okay. Ja, da kennt die, die berühmten Rocket League. Mein Auto dreht sich nicht richtig rum, das Geräusche. Aber warum mach ich sowas, ne? Warum? Warum mach ich auch das? Ja, Mann, ich habe so Glück in meinem Leben, Alter. What the fuck? Nobody needs skill, if you have Kitek's goal. Und Kitek saves. Das geht nicht, oder? Doch. Okay. Oh mein Gott, hab ich ein Glück, Alter. Dieses Game liebt mich einfach und ich hasse es. Aber man kann eine Sache machen. Äh, ich hatte ein bisschen Angst, sorry. Boing. Oh, ich wollte den Bus haben. Ich dachte, das wäre ich mir auch nicht gewesen mit dem Typen. Ich glaube, mit dem Bus hier. Und dann... hat geklappt? Weil es ja nicht aufgeklappt hat. Das sind Sachen passiert wieder. Eine Minute noch durchhalten? Tschüss. 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 Tschüssi. Schüssi. 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 Ach. Wie ich es gesagt habe, ich habe es gesagt. Und schon kriege ich wieder Strauern rein. Äh. Ja, das ist doch nicht wahr. Ähm, Chance habe ich aber schon. Also. Das war jetzt Spiel 8.